Die Vorbereitungen im Hedstädter Freibad für die anstehende Saison sind abgeschlossen. Die Wasserqualität im Schwimmer- und Freizeitbecken wurde beprobt, der Rasen ist gemäht, die Liegen stehen bereit. Die Volleyballfelder sind präpariert, die Spielgeräte kontrolliert und auch im Kleinkindbereich läuft bereits das Wasser. Mit 19 Grad Wassertemperatur lud das im wahrsten Sinne des Wortes kühle Nass am 17. Mai die ersten Badegäste ein. Eine Gruppe Kinder vom Hort am Markt wollte dies sogleich nutzen und wartete nur noch auf die offiziellen Worte, die eine spaßige Überraschung für sie enthielten. Die Tage warm, die Sonne lacht, die Zeit, wenn Baden Freude macht. Darum hatten wir uns mit viel Bedacht schon längst an die Vorbereitungen gemacht. Technik okay, alles sauber, Wasser klar, so wie es jedes Jahr bisher war. Wasser in das Becken ist hineingeflossen. Der letzte Eimer wird jetzt ausgegossen. Die Vorbereitungen sind jetzt vollbracht, darum werden heute die Türen aufgemacht. Wir wünschen Freude, eine gute Zeit. Keine Sorge, die DRG ist auch bereit. Doch bevor jetzt hier planschen die Großen und die Kleinen Geister, Baden geht zuerst... Die Freibad-Saison 2024 ist eröffnet! Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, natürlich auch alle Gäste der Stadt. Unser Freibad zu besuchen. Die Öffnungszeiten außerhalb der Ferien von 11 bis 19 Uhr, innerhalb der Ferien von 10 bis 19 Uhr. Unsere Badesaison, die geht bis zum 31. August. Dann wird die Kloanlage abgestellt und den Abschluss in diesem Jahr macht wieder der beliebte Hundebadetag. Ich tröpfe noch ein bisschen vor mich hin. Und der ist am 14. September. In diesem Sinne, allen eine tolle Badesaison! Und dann wird die Kloanlage abgestellt.